Hallo, ich bin Marlof Gittergerdes von der Firma Karl Henkel aus Bielefeld und möchte euch heute ein Produkt aus unserem Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungskonzept Phoenix einmal vorstellen. Es handelt sich hierbei um einen Auffangbehälter vorm Lang, in dem 5000 Liter Wasser gespeichert werden können. Er besteht aus einem Kunststoff, sehr hoch reißfest, sehr strapazierfähig und jeweils an den Enden ausgestattet mit einer B-Kupplung. Von der Einsatztaktik her ist es so, dass dieser Behälter dort positioniert wird, wenn wir wissen, in welche Richtung läuft das Feuer. Und wir können diesen Behälter halt eben dann dort schon mal positionieren und haben dadurch immer 5000 Liter Wasser als Reserve für die Löschmaßnahmen. Der Behälter ist 8 Meter lang, hat einen Durchmesser von ca. 1 Meter und es sind jeweils zwei B- und Entlüftungsventile an den beiden Enden verbaut. Jetzt sieht man mal, wenn ich hier dran hergehe, wie er halt eben durch seine Form einfach weniger Platz gerade im Bereich vom Wald einnimmt. Wir können ihn an den Wegesrand legen, wir können ihn zwischen die Bäume legen, wo wir immer Probleme haben bei einem Rundbehälter, der uns dann natürlich durch seine Form halt eben extrem viel Fläche wegnimmt. Wenn man genau hinschaut, sieht man natürlich, wir haben den jetzt mit Luft gefüllt, weil wir einfach jetzt hier kein LF zur Verfügung haben oder ein TLF, um da jetzt nochmal Wasser reinzudrücken. Es geht aber eigentlich nur um das Prinzip, wie funktioniert das System, wofür können wir ihn einsetzen. Das ist jetzt ein innovatives und neues Produkt für die Wasserversorgung im Bereich der Einsatzstelle. Ich stelle euch weitere Produkte vor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.